Benutze Verbände. 10 an der Zeit braucht ihr, um diese Aufgabe zu absolvieren und ich würde euch empfehlen, so wie ich das hier auch gemacht habe, sucht die 10 Stück einfach zusammen, bis ihr sie habt, baut euch dann auf so einem Dach hoch oder baut eine Rampe, je nachdem und springt dann einfach jedes Mal runter. Und alles, was unter 75 hier ist, bedeutet, ihr könnt wieder einen Verband benutzen. Ihr könnt ein paar Mal springen, meinetwegen auf 20, dann habt ihr gleich wieder 3, 4, 5 Stück, die ihr aufladen könnt und dann habt ihr die Aufgabe auch ruckzuck erledigt. Viel Spaß damit. Ciao, ciao. Ciao.